Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay Call of Duty Ghosts, jawohl es geht endlich weiter nach meinen 100.000 Milliarden Trilliarden Ankündigung geht es jetzt natürlich los wieder mit Call of Duty, jawohl, ja wie man hört ich habe ja jetzt neue Headset und so und das ist das erste Mal das was ich jetzt mit dem Headset Call of Duty spiele, ja Surround mäßig ist es finde ich schon mal ein bisschen besser als mein Logitech, G930 was ich vorher hatte, ja was habe ich jetzt für ein Headset, das Plantronics Gamecom 780 für 52 Euro und ich bin sau zufrieden damit, also es hat filtert, die Hintergrundgeräusche bedeuten besser raus, ich habe eine klare Stimme, die vielleicht, ja ich weiß nicht ob die jetzt der Real Life, also ein Mikrofon verändert ja minimal die Stimme, ja ob das jetzt meine richtigen Stimme ähnlicher ist als die andere weiß ich nicht, auf jeden Fall ist jetzt meine Stimme bedeutend klarer, ich habe keinen Knacken mehr in der Stimme, alle drum und dran und ja, oh da haben die ja nicht eingebaut aha haben die da, ja stimmt es kam ein neues Update was soll denn der Spaß denn wieso die AT-Quote, wieso AT-Verhältnis, also Abschuss-Tode Verhältnis in den letzten fünf Spielen wenn ich gut bin, steht der ja nur mit 2, 2, 2, 3, 2, 1 ich werde wahrscheinlich kaum unter einer Einser kommen ah, Vogue wir spielen jetzt übrigens erstmal die ganzen DLC-Maps und Vogue, Vogue ist natürlich hammergeil ich werde jetzt nur den scheiß Koffer hinterher rennen ähm, beziehungsweise den Koffer ja gleich zu kriegen am Anfang ähm ach so, ja gut, wir starten auf die blödere Seite ja, hier gibt's nämlich den Michael Myers als Kämschlag Anführungszeichen Kämschlag also Vorräten Kämschlag meine ich jetzt ähm, der richtige Cam mit 25 müsste eigentlich hier noch erhältlich sein so, und natürlich nutzen wir dazu die Bulldog Ei, ei, ei bisschen laut so ja, ähm Stumm-Stall-Taste Surround-Sound an, aus ähm ja, ist eigentlich ist noch alles drum und dran am Headset vorhören also direkt am Headset ich hab auch nichts so einen komischen manche haben ja noch so Scheiße ähm ja, so nein, nein, der Wichser hat keinen Koffer, Mann es geht ja nicht los rechts von mir da ist der Koffer fick dich, Mann ich will den Koffer haben ja gut, mit der Bulldog geht grad nicht so schön da geht mit der Hand in die Badge aber los oh, ist er behindert ja, da sollte man nicht reinfallen der ist tödlich erst, der hat, der hat ich hab nicht gesehen, ob er den Koffer hat Koffer, 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 Koffer jawohl bin aufgehobene Waffe gib her damit ja, hau ab nein, mein Koffer fick dich ja, ich will unbedingt den Michael Myers haben damit ihr ihn auch mal seht alter, wenn man da mit dem richtig geil spielen kann man, damit man damit macht man so viel Kills der Pisser ist ja schon wie ab, ja komm her das ist bestimmt der Koffer, ne ja, nein, hat er nicht der läuft unten lang ey, fick dich, Mann ja, hast du den Koffer? nee, hat er nicht ja, weiß ich nicht, ob der den Koffer hat man sieht's ja leider nicht außerdem bin ich grad sauschlecht ich bin jetzt erst so viel stand 5 zu 3 ich spiel 3 zu 4, Mann normalerweise renne ich hier mit dem Bulldog umher aber irgendwie sind das so ne Körken so ne übelsten Rotzgegner dass das gar nicht geht ja, das ist ne beliebte Camperstelle da oben, definitiv ey, fick dich ich renne da jetzt mit dem Bulldog rein und hol mir jetzt diesen scheiß Koffer ich will jetzt unbedingt diesen Koffer haben, Mann ah, meine Mates sind schon da ja, ist klar, hier, fick dich niemals ja, ist klar ja, ist klar mein Schuss kam nie an ja, komm ja, ist klar, Alter die hacken doch schon hier ach so, ja, gegen Hacker darum kam auch viel nicht ähm wurde immer noch nichts gemacht lauf, 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 lauf na, ich hoffe mal, dass er den Typen nicht hat ah, hat nur eine Trinity also brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Koffer ja, man muss den nicht auf Anhieb kriegen den Mike Myers boah, leckt der so muss man schön vor Trinity weglaufen so, wo ist der Koffer wo sind denn hier Gegner schon wieder nein, hat er das war keine ja, natürlich du Hurencamper, Mann alter ja, entweder hat man hier in dem Spiel jetzt nur noch Hacker oder so eine scheiß verfickten Dreckscamper, Mann das war einer mit einem Köter hätte er mir haben wir auch scheiß ja, natürlich Alter, fick dich, Mann wie kann man so Hardcore-Camp, Mann das ist doch so widerlich, ne meine Frisse ich hab auch mal die Mikros an ja, ist es ja, natürlich ein 11 zu 10 spiele ich nee, wo ist denn hier so scheiße Hardcore-Camp hau ab da verpiss dich ich will einen Koffer haben ja, natürlich er kriegt ja, natürlich er kriegt zwei Hits von der Bulldog nein, er hat ja nicht zu sterben Alter, ist das denn so ein Rotz ja, natürlich der Köter hält auch jetzt dermaßen aus was ist denn denn Scheiß aua ab ja, wie viel Hits ja, natürlich ich bin instant tot oder wat und wie er genau auf mich zurollt ja, nice Hacker Shooter 91 scheiß Idiote wie er auf mich eiskalt zugerannt ist das macht sonst keiner man hat mich noch nicht mal gehört und er ist schon auf mich zugelaufen ja, natürlich er ruft denn in dem Moment seinen Scheiß Dreckshuhn Drecks miss fucking köter da wer hat denn jetzt von uns überhaupt Alter, wer hat denn hier überhaupt einen Koffer, Mann ja, jetzt ist es doch so zu spät meine Fresse das heißt auf jeden Fall Lobbywechsel definitiv so schlecht habe ich ja noch nie gespielt wir sind aber echt so hardkommt campen ja, ist klar hier, fick dich hier ist klar die Killcamp will ich sehen los, zeichern ja, ist klar Shooter 91 nice Wallhack das hat man so gesehen ich er hat mich nicht gehört ich habe Totenstille drinne er hatte kein Verstärker alles drum und dran dabei er konnte mich aber sehen er ist zu mir hingerannt wie sowas geht nicht achso erstmal melden den Spacko ja, ist klar er spielt eine 1-5 1-0 eine 2-57 jetzt ja, nee ist klar ach, er ist rausgegangen scheiß Bastard alter das geht nicht die sollen endlich mal was gegen Hacker machen da hat man gesehen zwei oder dreimal die Killcamp er ist ich war ich habe noch nie mal geschossen oder so er hat mich gesehen durchgewandt er ist direkt zu mir gelaufen hat man auch gesehen eben wir hatten den anderen noch nicht gekillt er aber nachgeladen und instant um die Ecke und visiert ja, was ist denn das nee so, ich hoffe ich werde jetzt ja wieder ein bisschen mehr aufnehmen ich hoffe ich finde gleich ein ordentlicheres Spiel ja und das war es erstmal mit Call of Duty Ghosts Multiplayer bis zum nächsten Mal hoffe es hat euch gefallen und ja ciao Leute ich hoffe es hat euch